hallo leute willkommen hier zurück zu einer neuen zu einem neuen format hier auf meinem kanal dieses wäre dann dieses mal minecraft pvp du hast bei mir übrigens kein skin mit dem skelett hat ja es wird es wird lasst du das mal bitte es geht noch nicht los also ich erkläre euch jetzt das mal so wieder wie wir das jetzt machen es ist nämlich wie folgt wir machen pro folge drei kämpfe damit also da kann halt nur einer gewinnen ja und dann kriegt man pro kampf kriegt man einen punkt und von diesem punkt kann man sich dann später zum beispiel ein anderes schwert kaufen weil wir haben es momentan so damit sich langweilig wird erst mal das so gemacht und einfach nur ein eisenschwert damit das ein bisschen dauert damit es auch ein bisschen spaßig ist na auf jeden fall einer zählt immer an 3 2 1 und dann geht die runde los wer macht das das hat ja geh wieder hin auf deine stadtposition ja bin ich doch okay dann würde ich sagen 321 los also ich bin nur zu info nicht sonderlich gut im pvp ach so es bringt der übrigens auto ist noch was zu essen ich habe nichts zu essen du darfst nicht so spämen du trottel wie viel leben hast du noch ich bin nämlich leicht tot auch mann okay ich habe noch ein halbes herz okay du hast mich jetzt gerade getroffen und ich habe kein herz abgezogen gekriegt und ich regeneriere ja auch nicht ganz toll scheiße jetzt bin ich doch tot naja auf jeden fall hat er jetzt die erste runde gewonnen ich muss jetzt meine sachen wieder nehmen ja du hast jetzt einen punkt ich muss das mal wie viel kostet überhaupt nicht mehr äh ein dia schwert kostet mindestens zwei punkte oder drei wir machen vier okay warte ich hole mir noch mal aber äpfel ne äpfel ja okay du hast aber nicht gesagt welche normale äpfel ach man warte so ja würde ich sagen drei zwei eins ich laufe ich laufe ich laufe das ist irgendwie in so eine ecke zu stellen scheiß wenn du mir hinterher rennst kann ich gar nicht essen mann 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 ich kann nicht rennen ja ich muss gerade auch was essen kann ich jetzt was essen kommt schon wieder an nein scheiß baum und tot auch das ist scheiße okay wir hätten vielleicht doch mit eine andere version nehmen sollen weil das ist mit diesem kampf system ist pvp extrem scheiße sei einfach ruhig junge sonst komme ich dir rüber und dreh den hals um ja habe ich ja dritte runde ja kommst du ja ich bin jetzt hier unten so 3 2 1 ich falle garantiert wieder weiß ich auch wenn du hast sowieso gewonnen auch wenn ich jetzt auch wenn ich jetzt gewinnen würde sowieso gewonnen schon zwei punkte jetzt kannst du nichts essen oder was scheiße nachmacher scheiße jetzt bin ich hängen geblieben ja erster sieg erst mal die ganze loot aufsammeln hier 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 helm habe ich nicht achten dass du hier dein schwert wie flachst du jetzt sag bescheid wenn du voll hast hast du jetzt er gibt mir wieder bis 44 wieder so das war es jetzt für diese folge war war das jetzt die erste folge davon gewesen ich möchte gerne wissen wie das bei euch ankommt ja das wird jetzt ein etwas kürzeres format und ich habe jetzt gleich sowieso noch sachen zu tun deswegen passt mir dieses kürzere format immer ganz gut rein aber trotz alledem weiß ich glaube das werden wir dann auf montag verschieben ich habe ja mein bildschirm und über dem bildschirm habe ich haben hier so einen selbstgeschriebenen aufnahmeplan upload plan ich glaube wir machen ich mache das jetzt mit dem pvp immer montags und dann ja das was da sonst drauf steht es besteht eigentlich nur stardewillian feuerrutsch da würde ich sagen motors und mittwochs ich mache jetzt keine zweite lass es lass es auf jeden fall würde ich sagen war es das für diese folge und wir sehen uns dann in der nächsten folge wenn es wieder heißt weiß ich nicht kommt darauf an was ich gerade drauf lust habe aber theoretisch wäre firewatch also sehen wir uns dann wahrscheinlich in firewatch so bis dahin